Jedes Jahr zur Weihnachtszeit freut sich die märchenhafte Stadt Hohel auf die schönsten Tage im ganzen Jahr. Alle freuen sich, nur einer nicht, der Grinch. Und dieses Jahr hat er einen Plan. Ich weiß schon genau, was ich anstelle. Er will verhindern, dass es Weihnachten wird. Ha ha! Du bist ein Rettier! Du bist ein Rettier! Du bist ein Rettier! Du bist ein Rettier! Universal Pictures und Imagine Entertainment präsentieren einen Film von Ron Howard. Was willst du hier? Ich möchte Sie bitten, unser Feiertagfestmeister zu sein. Werden Sie kommen? Nein, ja, nein, ja. Nein, ja, das wirft ja ein völlig neues Licht auf mein Leben. Wirklich? Nein. Er plant den gemeinsten Diebstahl. Aus, weg, aus. Alles muss raus. Das schönsten Festes im Jahr. Der Grinch ist ein wahres Ekel. Sieht endlich wundervoll aus. Jim Carrey ist... Adam! Der Grinch. Es heißt doch immer, manches alles zu Weihnachten, was man sich nützt.